China und Österreich feiern heuer auch das 50-Jahr-Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen unseren Ländern. Bei all meinen Besuchen in China konnte ich mich davon überzeugen, welche kulturellen und wirtschaftlichen Erfolge, vor allem auch hinsichtlich der Armutsbekämpfung, in China erreicht werden konnten. Städte können voneinander lernen. Das schätzen viele chinesische Städte auch an Wien. Hauptanknüpfungspunkte zwischen chinesischen Städten und Wien sind die Themen Smart City und Lebensqualität. Nach dem letzten Jahr der pandemiebedingten Einschränkungen werden wir die Zusammenarbeit zwischen chinesischen Städten und Wien wieder aufnehmen und weiterentwickeln, sobald die Umstände dies zulassen.